Warte, hier waren wir doch schon. Oder nicht? Was haben wir denn hier schön ins Töne? Oh! Einen neuen Bogen. Da müssen wir hin, gut. Aber jetzt... Ich wollte eigentlich nur den Typen plündern, aber jetzt habe ich scheinbar auch noch da Münzen gefunden. Das ist gar nicht mal so schlecht. So. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Hm. Komm. Steig mal da was schneller hoch. Bleibst du wohl hier oben? Ich möchte nicht, dass du runterfällst. Nur wegen mir. Au. Au, au, au. Was muss ich jetzt machen? Ich würde sagen, ich muss irgendwie... Aha. Ich bin nicht stark genug. Hm. Nein. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte das Ding schieben. Hallo? 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 Oh. C. So müsste das klappen. Und jetzt... Disc弟 kann ich es ja erstmal herstellen... Ja, Chef. Lauf, Lara! Das ist jetzt auch nicht mehr geil. Ja, also was die macht, das mache ich so etwa beim Volleyballspielen in der Schule, weil ich mich auch immer irgendwie irgendwo hinwerfe. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Oh, mit Zepter und Apfel. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Gitesch. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Da gibt es noch was. Münzen! Da gibt es noch Bergungsgut. Ah, Bergungsgut ist auch immer hier so. Ach, dann müssen wir hier raus. Oh ja, erst recht, nachdem du hier vorbeigekommen bist, Lara. Hallo, bleibst du wohl da? Ach nee. Oh. Das nutzen die auch schön alles, also so Zwischenpassagen nutzen die auch schön zum Laden, dass ich immer wieder meine Festplattenaktivität, die ich nebenbei so offen stehen habe. Ja, das ist ganz, ganz schön haben sie das aufgebaut. Das haben sie auch schön für langsame Festplattensysteme gebaut. Das läuft ganz gut. Da müssen wir hoch, aber hier stehen noch Pfeile und Pfeile sind immer gut. Oh, aber man merkt, dass hier, äh, also hier ist Performance ein, ein Bruch, also hier braucht man richtig Leistung, um das schön spielen zu können. Oh. Na? Jesus ist plötzlich dunkel. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte! Hör doch, ich bin nicht euer Feind! Ich hab dich gewarnt! Du hättest abhauen sollen! Sophia! Es reicht! Warte! Ah! Ich dachte, du wärst tot! Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Vergeben sie, Sophia, sie ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist eine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Uns bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Oh, geil. Es erinnert mich aus... Sammle unsere Krieger. Und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es erinnert mich an den ersten Teil. Also es sieht eher aus wie die Tür aus dem ersten Teil. Untersuchen sie das Tal. Erstmal... Den Leuten... Ah, guck mal. Da haben wir doch ein Lager. Wunderschön. Jacob und seine Leute sind safe. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Hm. Zack. So. Die hat schon alles. Warte mal. Das kann ich alles nicht machen. Ich hab dafür zu wenig. Nicht. Wow. Schnellzug. Größeres Magazin. Hm. Verstärkt. Entschuldigung. Entschuldigung. Wederjacke. Graues T-Shirt. Whiteout-Jakke. Expeditionsjacke. Ah. Wir müssen stylisch angezogen sein. Ja. Also. Nehmen wir die Lederjacke. Warte mal. Das war die, die wir gerade anhatten, oder? Ja. Ja. Dann ziehen wir die an. Hm. Na. Gut. Inventar. Ausrüstung. Tasche. Achso. Das ist dieser Schaft. Gut. Gut. Ach wie geil. Gut. Ähm. Ne. Brauch nicht. Brauch nicht. Ich möchte jetzt aber meine Fähigkeit noch weiter aus. Boah. Bau. Beuten. Äh. Wenn sie. Vielleicht. Hoho. Die Menge der unterwegs hergestellten Munition. Äh. Ja. Ja. Das brauche ich eigentlich alles nicht. Gut. Nehmen wir mal das. Ähm. Feuern sie. Okay. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich würde sagen, das brauche ich noch. Gut. Gut. Das wäre es fürs erste. Ich würde sagen, das wäre es für heute. 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 Vielen Dank.